Hallo, ich bin der Simon de Pembrüden. Ich bin 3D-Artist, arbeite viel im Game-Bereich oder im Commercial-Bereich, mache Produktvisualisierung oder Charakterdesign für Games und ich bin hier zuständig als 3D-Generalist. Das bedeutet, ich unterrichte meistens nicht nur einfach, sondern bin dafür da, um fast jeden Fachbereich zu unterstützen. Ihr braucht nicht dringend Vorkenntnisse, wenn ihr anfängt. Hilfreich wäre aber natürlich, wenn ihr wisst, wie ein PC funktioniert, wie funktioniert Windows, wie funktioniert die Festplatte und sehr gut ist natürlich, aber die meisten haben es auch wahrscheinlich ein Faible für Games oder für Filme, dass, wenn man hier anfängt, schon die Motivation stark ist, diesen Bereich auch lernen zu wollen. Eine kreative Ader wäre auch gut, wenn man schon mal gezeichnet hat, wenn man gerne zeichnet, wenn man gerne mit Ton modelliert oder gerne schnitzt oder irgendwas im künstlerischen Bereich schon mal gemacht hat. Das Besondere an der Ausbildung ist, dass ihr jede Aspekte vom Game Artist lernt, vom Environment Design, vom Prop Design, Lighting. Es gibt noch einige andere Bereiche. Ihr werdet sie lernen und am Ende zusammenfügen zu einem Game. Nach dieser Ausbildung habt ihr eine große Anzahl an verschiedenen Jobs, die ihr machen könnt. Man kann in die Filmindustrie gehen, man kann in die Game-Industrie gehen, man kann ins Advertisement gehen, was bedeutet Produktrenderings oder Zahntechnik als Beispiel jetzt, aber es gibt noch viele anderen Bereiche. Am meisten ist es so, dass Schüler nach einem Jahr hier ihren Bereich finden und im zweiten Jahr kann man sich spezialisieren. Man kann im Bereich Texturing gehen, man kann im Bereich Environment Design gehen. Am meisten Spaß macht mir die Entwicklung der StudentInnen zu sehen. Die meisten fangen hier an und schauen sich Maya, das ist das gängige 3D-Programm, womit wir arbeiten, an. Und nach einem Vierteljahr, nach einem halben Jahr, Marchand Frühjahr, Marchand später, hat jeder irgendwann den Hang und baut ganze Environments, ganze Landschaften, ganze Kreaturen damit. Und dieser Entwicklungsprozess zwischen gar nichts bis, gucken wir mal, was ich hier erstellt habe und das zeigt man den Eltern, das zeigt man den Großeltern. Das finde ich schön. Das war's. Dramatische Schmidt-Heника Dramatische Schmidt-Heina Das ist es wird mich sehrregale unter têm. Wir haben Ник identifying, wie wir arbeiten hier-건ス, das fait wir nicht auf aber, was wir tun.